Chokri Elwar ist ein ehemaliger tunesischer Torwart. Er galt lange Zeit mit Ali Boumiel in der tunesischen Fußball-Nationalmannschaft als einer der großen Torleute Tunesiens. Leben Er spielte 1986 bei Esperens Sportive de Tunis und im Jahre 2001 bei CFCG nur in Italien, bevor Chokri seinen Rückzug aus dem Fußball bekannt gab. Kurz vor der Fußball-Weltmeisterschaft 2002 in Japan, Südkorea, trat er wegen einiger Probleme zurück. Obwohl er nicht mehr bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2002 in Japan, Südkorea sein Land vertrat, nahm er bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1998 in Frankreich teil und zählte zu den besten Torhütern des Turniers nach Frankreichs Torwart Fabi Elbar-Wes. Chokri Elbar soll über 100 Mal für sein Land gespielt haben, was aber wiederum von der FIFA als strittig empfunden wird.